Liebe Mini-Family, es ist soweit. Der vierte, fünfte, der Mini-Big-Love-Day steht in den Startlöchern. Was erwartet euch? Das erzählt euch Leon. Danke, Sanja. Ich habe gehört, es wird auf jeden Fall kulinarisch. Ihr dürft euch auf einen Foodtruck freuen, ein Fitnessstudio soll auch mit am Start sein. Ganz genau. Ganz viel Mode und zum Abschluss dürft ihr euch auf heiße Beats von unseren House-DJs freuen. Und natürlich vieles, vieles mehr. Freut euch drauf, mehr Infos zu den Teilnehmern hier unten im Kästchen.